Bringen Sie Carrington zu Jones Helikopter. Ich wette mit euch, es hat damit zu tun. Okay. Ähm, ja. Keine Entdeckung. Äh, ja, nee, ist klar. Ja, Zielen ist ja auch so gut heute bei mir. Stratzenmüde. Muss ich da runter? Nein, ich muss da hoch. Ah, okay. Ähm, okay. Wo ist mein Captain? Äh, was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Ich hab's. D. Woah, Nachrat. Woah, Intelligentskost ja. Woah! Wow. Woa... Wow. Nein. Muss auch mal sein. Ich konnte nicht erkennen, dass der Typ einen Raketenwerfer hat. Schon dumm. Okay. Äh. Ja. Was für ein Hügel. Asker. Ich war selber mal einer von denen. Also zumindest der Charakter hier. Wovor... Da hab ich grad eben nie was getroffen. Wer war das? Ja, go, go, komm. Ich bin schon vor dir. So. Hat der Typ mir wenigstens seinen Raketenwerfer... Nein, hat er nicht. Aber ein großes Midi-Pack. Das ist schon mal... Toll. Yay, Zielen ist mal wieder voll nicht drin heute. Jaja, wir sind... Wow, nachladen. Ich hätte wirklich nachladen sollen. Wow. Ich habe nicht geschossen. Ja, ist gut. Ich werde hier so lange hier das Ding benutzen, was hier so zufällig rumsteht. Gib uns Deckung. Ich schaue mir die Maschine an. Ja. Komm schon. Mach hin mit der Drecksmaschine. Äh... Steigen sie an der Buttermaschine. Okay. Level abgeschlossen. Cool, Leute. Das Obliga-Trosche-Video. Das war ziemlich unterhaltsam. Wir haben uns die Zeit mit zusammengeführt. Genau. 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 Ich höre Sie. Bleiben Sie im Haus. Wir holen Sie da raus. In was wir als normale Sotium für Dichmai reinziehen. Okay. Kost 270. Der Kilani-See liegt nur ein paar Meilen. Warte, ein Alarm! Das war das Holche Haus! Wir können das Ziel nicht lokalisieren! Los weiter! Mongoose ist auf dem Weg! Da sind wir! Ja gut, Leute! Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part! Euer Black Zid! Ciao, ciao! Ciao!